Hallo liebe Cutcon-Spieler, herzlich willkommen zu unserem Trailer-Video auf unserem Kanal. Heute stellen wir uns ein wenig vor und beschreiben, was wir auf unserem Kanal vorhaben. Mit dabei ist heute der Meilenstein und der Luisen Wiesen. Ja, und zusammen wollen wir euch ein bisschen Cutcon-Hilfe geben und dabei noch ein bisschen Let's Playen. Also wir wollen zeigen, was wir so im Privaten machen, also auf unseren eigenen Grundstücken, was wir so hinbauen oder allgemein Redstone-Schaltungen und alles mögliche und wollen euch gleichzeitig auch noch ein bisschen helfen, um ein bisschen auf dem Minecraft-Server Cutcon zurecht zu kommen. Und ja, könnt ihr noch was dazu sagen? Unter anderem geht es S1 bis S4, also Server 1, 2, 3 und 4. Von Servern 1 bis 3 ist bewohnbar und auf Server 4 ist die Farmwelt, der Never und das End, wo ihr Materialien erfahren könnt, die ihr dann verkaufen oder verwenden könnt, um zu bauen. Zum Überleben oder zu anderen nützlichen Dingen nutzen könnt. Und das letzte Wort hat es noch im Link 05. So, also wenn euch das Ganze gefällt, dann lasst gerne ein Abo auf diesem Kanal da. Sonst freuen wir uns, wenn du dir das erste Video anschaust. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann. Tschüssi! Und dann warum wir uns da Sie suchen.